Wunderbar, reinwerfen. Rein, der Wein wird dieses Jahr ganz losgut. Das ist für mich die 18. Ernte, ich bin ja Gründungsmitglied. Ich denke, so eine gute Qualität habe ich in diesen 18 Jahren bislang noch nicht gesehen. Nein, nein, nein. Deine Finger können gut. Hier, hier kommt sie mit Scherkel. Nein. Darf ich weitergehen? Ja? Natürlich. Gut, die von dir. Vermutlich ein Rekordernte, so wie wir diesem Rotwein auch schon eingefahren haben. Rotwein hatten wir ja 1560 Liter. Das werden heute über 2000 Liter werden. Und Qualität? Qualität über 80 Oechse. Wir sind sehr zufrieden. Aufregung im Flammen fern... fragment vom Flammen flammeln. Stimm, auf die Flammen flammeln. Die Flammen flammeln zich in der Flammen flammeln. Drei. Dann gibt es einen Flammenflammeln. Vielen Dank.